euer kranker anu ist wieder hier leider bin ich stimmlich ein bisschen angeschlagen aber trotzdem wollen wir es uns heute nicht nehmen lassen mario kart für euch aufzunehmen ich hoffe ihr enjoyt die runden ich freue mich drauf und damit hallo maschine dieses mal habe ich nicht vergessen dieses mal habe ich nicht vergessen so wieder mit dabei ein eisgekühlter monster leider was niemanden organisiert bekommen der heute mit fährt angebot steht noch wenn ihr bock habt ihr könnt gerne alle mitteilen ja das auf jeden fall also ich habe mich mal auf platz 1 daraus gesetzt ich glaube wir haben sich in meiner folge fahren sind dachten sie auch schon so noch mit schlager wie krami ja ja wenn schon einer an problem gegen die man dann näher darf auch nicht mit muss doch die wegen dem sound problem also von die wir Ich muss hier echt mit neuen Tarar arbeiten. Ich wusste nichts von den Problemen für mich. Jetzt hätte ich mich fast selbst weggesnackt. Oh, 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 oh. Ja, das juckt mich. Hat das denn eine Tröte? Nö, aber ich bin soweit voraus. Das juckt mich. Ich werde mich nie im Leben überholen. Nein, ich lande in den Graf. Ich bin vierter, was? Und da kommt eine Rakete. Ich bin doch... Alter, ich bin so... Erstes Rennen, direkt der Bruch. Ja, ich merk's. Ich hab echt nur ein paar kleine Fehler gehabt und die haben ausgereicht. Ist das nicht eine Tourstrecke? Nee. Oder... Ach nee, die ist das. Okay. Was ihr nebenbei nicht seht, ist Maschine und ich, wir wählen immer auf zufällig. Also, keiner kann hier sagen, wir fahren nur die Favoritenstrecken von dem und dem. Ich glaub, so ist auch die größte Heiligkeit für die meiste Abwechslung geboten in meinen Augen. Das kann gut möglich sein. Also, der Zufallsgeneral ist halt nur höch. Ich hab aber auch keinen Bock, um mir sechsmal die Seichelszäcke. Ja, dann ist das ja auch trotzdem nur unsere Schuld. Ja, aber halt nicht leidsam. Wenn wir sechsmal die Seichelszäcke. Ich guck mich dagegen auf den Schmack. Ah, ich hab grad zu neu vor. Ey. Ah, ich muss ja gefahren sein. Alter, ich erinnere mich auf jeden Fall an den Namen. Nein, ich der Blitz. Der erinnere mich auf jeden Fall an den Namen. Ich weiß auch, dass... Ist er aufgebaut ist, aber irgendwie kann ich mich gar nicht in einem Verlauf machen, ne? Sehr gut. Ich versuch wenigst... Also, mein Ziel ist es wenigstens heute bis weiter in der Rangliste zu werden. Irgendwann den Trostpreis, ne? Ja, ich mein, komm, dass ich jetzt nicht in den, äh... Wenn wir alleine spielen, ich kenn, äh, dass ich gegen dich mit Garantie gewinne. In der Gesamtrangliste ist unwahrscheinlich. Ähm, jeder der dich kennt, der weiß das auch. Aber ich kann ja wenigstens versuchen, gegen die schweren Bots zu gewinnen. Ah, und wieder. Ciao. Ich bin alles geworden. Nein, ich hab den Blauen... Ich hab den Blauen gekillt. Ich wollte eigentlich den Gegner neben mir wegballern. Hab's auch getan. Aber nebenbei auch den Blauen. Oh, das ist nett von dir. Danke. Ich wusste gar nicht, dass du mir helfen tust. Wusste ich auch noch nicht. Machst du mich dann doch so sehr mit Helden. Du wirst mir unbedingt helfen, um die Blauen wegzukriegen, ja? Ja, ich wollte dir sogar helfen, damit ich, äh, an mein Ziel komm. Ne? Zweiter zu werden. Ich hab ne Rote und drei Pilze. Ich find die Strecke hier aber noch ziemlich entspannt. Die ist auch sehr geil und entspannt. Erste Mal, zweiter heute. Erste Mal. Wo kann's weitergehen? Das war glück. Nicht durch Blaue. Ja, aber trotzdem, es war ein guter Moment. Für dich auf jeden Fall. Ja. Einen Moment, einmal erster. Mein Gegner heute heißt Morton. Hm, so kann man höch sein. Ja, Morton ist mit einem Punkt vor mir. Deswegen ist er heute mein Gegner. Nein, mein Pö... Egal. Sind wir die in Tour gefahren? Bei Tour gibt's die auch. Das ist ne Tourstrecke. Ja, deswegen sag ich es so. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir die damals gefahren haben. Ja, sind wir. Echt? Hab ich nicht mehr dran gehört. Mit Vanilla drunter. Ah, unsere Deko? Hm. Ja. Ja. Guck mal, sie geht noch raus, ne? Ja. Nein, ich krieg ne rote rein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. das war mir reiz auf mich mit dem boomer angst man ich hast die strecke den ab ich hasse diesen abschnitt ich glaube es nicht einen fehler mit dieser scheiß roten einmal erwischt worden und das hat das gesamte rennen gekostet danach bin ich nicht mehr hoch gekommen niemanden zweiter um die mann der dritte die schwieriger sollte Noch ist ja nix verloren. Noch. Morton müsste ja nur einmal in der letzten Runde richtig böse erwischt werden. Dann ist er weg oder was? So dass er nicht mehr dritter wird. Also wie es mir... NEIN! NEIN! Ich müsste ja noch einmal böse erwischt werden und ich müsste zweiter oder erster werden. Dann wäre ich ja wieder Dings. Wenn er jetzt bloß Morton nicht erwischt hat, muss ich mich verraschen. Bomb lag genau hinter ihm. Also hinter mir. Ich bin nicht mal gut gefahren. Was ich nur sag... Ach! Komm! Bowser! Er ist jetzt gerade wirklich stehen geblieben, um mir als eigene Grüne reinzuballern. zu ballern. Äh... Antoine? Ich bekomme irgendwie alles ab, was geht. Ich bin ein Achter. accurately. Wir müssen danach verbiegen. Ich bin so rausseitig und reinbekomme. Ich bin schon Señal. Zwei Im Chancellor. Das Spiel Ignal. Ich finde das Gin von spelled saved in a post. Das ist Fazit. Herr Leicht. eine rakete hatte ich konnte sein wo ich wollte ich habe nicht einmal eine rakete bekommen sonst habe ich bisher noch nie eine rakete bekommen ich dachte auf der switch wäre das mit den standard items ein bisschen humaner gar nichts ich finde im wii war die höher wenn ich da die videos sehe und die war wieder an der stelle und da woche für woche der klick grüßt das moment hier oder wo Oh! nicht wahr, oder? Weiß ich nicht. Dieses Spiel liebt mich nicht! Es liebt mich nicht! Niemals von hinten! Aber hey, Morten, sind wir nicht auf dem zweiten Platz? Kein Geschenk. Kein Geschenk. Natürlich hat Maschine was am Arsch gehabt. Wieder ein Blitz! Denkst du, ich hab nichts gemacht? Ey, du scheiß Piranha-Pflanze! Da ist die Eiskalt mein Rote! Das wär meine Chance gewesen! Ganz knapp! Ganz knapp, ey! Ganz knapp! Ich hab's Video wieder! Maschine! Ja, was? Ich hab' nicht zugehört. Die Blaue hat mich schon wieder... Aber da Morten hat's auch Rutsch gehabt, das hab' ihr gesehen. Ja! Ja! Ich hab' Morten mit der roten Rückwärtser-Wicht! Ich bin zweiter und hab'n Mortener-Wicht! Aber er hat nichts gemacht. Er ist trotzdem dritter geworden. Das kannst du glauben, ey! Die Strecke hätten wir letzte Woche gebrauchen können noch. Das ist super! Ich wollt grad sagen, vielleicht kriegst du jetzt dein gelehrtes Geschenk. Oder dein Glücksgeschenk für so... Noch zu Weihnachten nachträglich hier auf der Strecke. Ein Sieg als Erster? Äh... Nein, das ist nicht möglich. Tut mir leid. Das... Der... Der... Der Platz ist mir zugetrieben. Den hab' ich schon gebucht. Vor Ewigkeiten. Ich hab' mir so DSC noch mit dem Maul verbrüht. Das nennt sich immer erster Platz sein. Auch gegen die Yatana! Ja, auch gegen die Yatana! Ich glaub' du spielst da auch mein... äh... meine Videos an, oder? Du musst so einige spiel' ich da an! Lass uns doch das Ding! Ich gegen die Erfahrung? Ne, ich weiß noch, dass du dich beschwert hast, dass du nicht mal die Erfahrung haben... gegen dich zu kippeln! Ich sag' ich glaub' du siehst, äh... ein Deutscher gegen zehn Jahre vor allem so wie das Video, wenn ich mich nicht ganz irre! ... Warum krieg' ich jetzt... ... ... ... Was? Eine Aktion wieder, ne? Ich werd' einmal penetriert und danach krieg' ich nicht ein... ... und ich fall' direkt komplett nach hinten! Ich hab' ne Acht! Mir wird der Stern geklaut! Und krieg' noch eine reingedrückt! Oh, ich hab' ne Rakete bekommen! Oh, komm! Maschine! In der vorletzten Runde! Das bringt mir nur Rhein gar nix! Sehr schön! Wow, ich bin auf... ...von Platz... ...11 auf Platz neun gekommen! Oder sind nicht mehr viel weiter vor? Ne! Ich hab' mir Rhein gar nix gemacht! Ja! Ja! Okay, ich bin auf jeden Fall ohne Abwehr haltet! Ich hab' keine Hütte mehr! Gibt' noch keine mehr! Gibt' noch keine mehr! Gibt' noch eine Rote! Ehrlich? Aber egal! Komm' noch vor Morten! Noch vor Morten! Die Vier! Komm'n! Nein! Oder? Nicht vor ihm! Die Vier! Die Vier! Reicht trotzdem nicht! Also ich muss dem nächsten Rennen... Nächstes Rennen ist das letzte, ne? Müsste ich auf die Eins kommen und er... ...irgendwo weiter hinten! Ich glaub' wir haben sogar noch zwei Rennen vor uns! Ach ey, der Schrecke! Ich mach' die! Der ist tatsächlich mit... ...über 10 Punkten vor mir, ey! Ne! Doch, vorletztes Rennen ist das! Ich muss sagen, die Strecke war bei mir sogar mein... ...Top 10 Mark Card Video drinnen! Ich weiß noch nicht mehr welcher Platz, aber... ...heh... ...es war auf jeden Fall ein bisschen mehr! Ich glaub' es war... ...es war entweder vor uns... ...der dritte Platz... ...oder einer der hinteren Plätze... ...das weiß ich leider nicht mehr... ...dafür ist das Video zu lange her! ...ja... 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 ...natürlich Birdo! ...ja... 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 Ja. Weil ich nicht auf die Grenzen bekomme, oder was? Ja. Dann fang ne Tatsache, Marino. Hm. Okay. Cool. Wenn du klickst willst, muss ich verlieren. Wenn ich klickst willst. Aber hab ich das nicht einfach, äh... Das ist nicht normal! Nein! Ich kann einfach nicht irritieren, das Funken jetzt zu machen, was eh keiner checkt. Und, äh, das sind deshalb auch nicht so gut zu klicken. Hier nimmt das. Ich kann wo mal achten, ich krieg nen goldenen Pilz, der mir nix bringt! Scheiß-Game, Alter! Wie viel Anlag kannst du haben in einem Game? Ja, nochmal! Na, dann halt nochmal! Das ist das! Wow! Ich hab über 48 Strecken! Und jetzt kommt Zweifel, die ist Strecke! Tja, das ist der Nachteil vom Zufallsgenerator! Wow! Nein, das hätte ich sofort gerne haben und besser ausreden können! Ich meine letzten paar Lieblingsstrecken gibt's 48! Keine Ahnung! So passt ja! Ich hab's nicht reduziert! Nein, ich fall schon wieder! Wir haben einen Arund-Eimer! Ehh... 96 Strecken... Ich glaube ich erteile ich auf den Titeln am 96 Strecken wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Riecht mich bitte in die Kommentare wenn ich falsch fliege ja komm Munzen kriege ich auch nicht als Item oder auf der Straße? auf der Straße ok ich bin wieder siebter ne ich krieg nichts um nach vorne zu kommen nichts die Pilze bringen mich null nach vorne ne die lassen mich sogar nonstop irgendwo reinknallen wow jetzt wo es Rennen wieder vorbei ist kriege ich ne Rakete wo ich safe nur Achter werden kann dankespiel fuck naja das war's von diesem Part schaub eine Maschine vorbei ein gebrochener Wand wird dort jetzt weiterspielen ciao ich bin raus Fiat Alter ich kann das so kopfen ich kann dich frei du bist hier mit mir ich kann dich frei Bis zum nächsten Mal.